Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Transmission Element 120 und wir fangen direkt an ein neues Spiel. Neue Spiel starten. Let's go. Das habe ich zufälligerweise bei Steam entdeckt, das Spiel ist kostenlos und das soll ein, wie soll ich es sagen, nett formulieren, ein Abklatsch von Half-Life sein. Falls jemand schon mal Half-Life gespielt hat da draußen. Ich bin mal gespannt wie dieses Spiel ist. Ich habe gestern, muss ich leider gestehen, schon eine halbe Stunde da ein bisschen experimentiert in diesen Spielen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin immer noch voll erkältet irgendwie. Also das konnte ich jetzt leider nicht übersetzen. Boom, boom, boom. Okay. Okay. Dann würde ich es mal sagen. Let's go! Okay, wir haben schon mal eine Taschenlampe. Okay, hier gibt es denk ich mal nix in diesem weiten Raum hier. Hat jemand mal einen Scanner? Könnten wir das hier abscannen. Das ist richtig geil. Okay. Da ist eine Brechstange. Sehr schön. Da ist eine Brechstange. Sehr schön. Dieser eklige Kloß, der mir noch in den Hals steckt. Was bist du denn für ein komisches Ding? Verdrück dich! Böses Ding, was es auch immer war. Nie bin ich rausgekommen. Oje, Junge, was ist mit dir passiert? Du siehst nicht sehr gesund aus. Krass. Weiter! Bleib hier! Warte, ey, sehr schön. Ich hab Angst. Was bist du denn für ein komisches Vieh? Ah, das ist ein Zombie. Ey, das Ziel lebt ja noch. Was soll die Scheiße? Ich wollte mir eigentlich die Leiche angucken. Okay. Ich höre irgendwas, irgendwelche Schüsse. Okay. Schlapp. Naja, das ist jetzt wieder sehr freundlich hier. Hier, du kriegst einen Eimer. Du kriegst einen Eimer. Will den Eimer nicht. Was? Hat keinen Bock. Mann! Boah, das nervt sowas von gemein, wenn man jedes Mal husten muss. Jetzt kommt hier auch noch ein Zombie. Moment. Ich muss was trinken, Junge. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ah. Okay. Dauer Zombie. Ich glaube, es geht hier runter. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab das wie gesagt nur so eine halbe Stunde lang gespielt. Um hier die Grafiken einzustellen. Au, au, au. Das war nicht so gut. Das war böse. Was das auch immer war. Ah. Das muss ich sehen. Du kannst mir ver- AAH! Aua! Nehmen wir dich jetzt mal mitte hier. Was? They can see in the dark energy. Also auf deutsch gesagt zu viel. In der Dunkelheit kann mich keiner sehen. Also auf deutsch gesagt zu viel. In der Dunkelheit kann mich keiner sehen. Oh, was der T-T Ist he süß. Bist du mir das? Oh, was ist das? Ich bin ein Buzzerna. Ah! Okay. Das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Zorn, diese Farbe. Das war da auch so, so eine durchsichtige Farbe an der Wand. Und hier sehen wir schon mal ein Half-Life Zeichen. Wo laufen wir lang? Rechts, links? Ich würde sagen wir laufen hier lang. Danke. Oh. Warum läuft er dir jetzt so? Komisch! Okay. 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 Wofür soll ich zornen? Super, hier ist ein Barcode. Was ist da irgendwas? Das ist ein MG oder irgendwas? Das ist wieder hier. Jetzt stellen wir dich direkt mal hier hin. Döses MG. Die stellen wir auch hier hin. Döses MG. So, jetzt sind die aktiv, diese Dogen-MGs. Hier. Ich hab gesagt, hier! Ah, verlegt mich schon. Es war ja irgendwie klar, dass hier so ein Schalter ist. Es war mir sowas von klar. Zombies can see in the dark. Okay. Bitter Zombie. Heißt auf deutsch gesagt, Zombies können in der Nacht sehen. Gut. Sieht nicht sehr freundlich aus, würde ich mal sagen. Ah, der leckt mich am Arsch und hier viele. Okay. Okay. Wow. Das gibt jetzt wieder was. Ich sehe es kommen. Ich verrecke hier bestimmt. Hilfe, Mama. Lasst mich in Ruhe. Ja, die Tür ist offen. Zu. Das gehört leider mit dazu. Ab und zu muss er so einen Abschnitt laden. Das ist sehr nervig. Und das lädt. Löt. 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 Immer mal weiter. Und wir haben hier einen Bartcode. Hat jemand hier mal so einen Bartcode-Scanner? Hallo? Hallo? Ah, dann nick mich doch. Doofes Ding. Yo. Geil. Ein paar Schuhe. You spin me right around. Also das Spiel macht schon Laune. Aber ich muss schon sagen, es bockt übelst an. Und wir finden einen Bartcode. Was wir auch immer damit machen können. Was können wir denn noch hier machen? Ach, hier ist doch irgendwas cooles. Kann man das sehen? Aha. Ich kann es leider nicht auf Deutsch übersetzen. Weil ich kann es nicht richtig lesen. Es könnte ein Gehirn sein, wenn mich das nicht täuscht. Was haben wir hier? Irgendwie eine Notiz? Ich mach hier ein bisschen Licht. Genau. So. Mhm. Okay, JT. Okay. So. Was kann man hier noch machen? Ops. Ich hab den Fernseher rausgekossen. You spin me right around. Duber Fernseher. Kann man die Lampe auch rausreißen? Nur die Lampe. Ja. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Porto. So. Jupp. Ich denke mal hier geht's... Ja hier geht's raus. Ich schau mal grad auf die Uhrzeit. Und wir machen noch ein bisschen. Ein wenig. Die Spannung steigt hier in diesem Spiel. Urbahn. Das ist eine Transmission. Okay. Ich glaube da sind wir hergekommen. Da geht's nicht weiter. Dann laufen wir jetzt mal hier lang. Mal gucken wo wir hier rauskommen. Äh. Nein! Was ist nun passiert? Okay. Sehr mysteriös würde ich mal so sagen. So meine lieben Freunde und Damen und Herren und sonst dergleichen Geschlechter. Ich würde sagen an der Stelle machen wir jetzt mal Schluss. Ich werde zwei Parts hochladen. Morgen. Weil wir haben heute Donnerstag. Den äh... 7. Juni. Und dann könnt ihr euch einfach mal überzeugen eventuell dieses Spiel auch runter zu laden. Und auch selbst zu spielen. Also ich find's sehr geil. Grafik ist zwar jetzt nicht äh... Grafik ist zwar jetzt nicht äh... die neueste. Aber das Gameplay etc. macht sehr viel Spaß. Und in dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen. Tschau. Euer Shippie on Tour. Und es würde mich freuen wenn ihr den Video gerne einen Daumen nach oben gebt. Und eventuell sogar einen Kommentar da lasst. In dem Sinne. Tschau. Nochmal mit V. Schau. Schau.